Jetzt, was ich noch aufgenommen habe. Ja. Das darf nur ich Christine machen. Ja, die ist ja aus Christinele. Da ist ein Licht oben. Das ist, weil man mit dem Bonofmus und Bären. Was sagen Sie als Nichtbeteiligter zum Thema Intelligenz? Das möchten Sie nicht wissen. Hallo liebe Tirol-TV-Seeer. Wir sind hier in der Eis-Arena. Ich darf die Hauptrolle spielen, Herr von Lips. Ich bin schon sehr aufgeregt. Und ja, ich muss immer mehr drauf kommen, dass diese Rolle absolut zu mir passt, weil ich bin wirklich der zerrissene. Denn payingen porteimpft. Da habe ich eine Version von ... Da habe ich eine Version von ... Wan-Пhan Two Okay. Accountableète, ich habe eine neuen Information hier gehört. Ich bin Version von Manuel van nós. Gute Sache, oder? Cool. Hey Mambo, hey Mambo Italiano, go, go, go. Glauben Sie, dass Schlafintelligenz fördert? Ja, aber der Mann ist ja klar, warum ich keine Intelligenz habe. So sind's. So, es ist jetzt 20.12 Uhr, das letzte Interview. Jetzt gibt's nachher Mambo, Mambo, weil auch Bebohne ist bei Don Camillo. Ich würde total gerne moderieren. Mach mal. Liebes Tirol-TV-Team, wir sind hier heute beim Schwimmfest. Ich würde so gerne, so gerne moderieren. Aber ich darf nicht, ich bin noch ein ganz einfacher Tischler gesehen. Das ist der erste KM, den wir auf den Büro-Winster dran. Hahahaha. Halten Sie drauf, Freunde. Halten Sie drauf. Halten Sie drauf. Halten Sie auf. Halten Sie darauf, was man sich halt hierher anschaut. Hup, hup, filmen. Funkern Sie auf. Halten Sie auf, hup, hup. Hup, hup. Tick, tick, tck. Untertitelung des ZDF, 2020